Nachdem wir jetzt schon im letzten Behind-the-Sims-Video der Sims-Entwickler neue Einblicke in die Features und Entwicklung von The Sims 5 erhalten haben, gab es jetzt nochmal weitere Details. Diese sind aber leider eher weniger erfreulich. Die offizielle Ankündigung zur nächsten Sims-Generation ist jetzt fast auch schon wieder ein Dreivierteljahr her und seitdem ist es alles andere als still geworden. Recht regelmäßig gab es von der offiziellen Entwicklerseite aus neue Details, wie Einblicke in den Baumodus von The Sims 5, aber auch Ideen zum Live-Modus konnten wir eben erst kürzlich im neuesten Behind-the-Sims-Video der Entwickler sehen. Diese Einblicke waren bisher ziemlich erfreulich und haben viele Simmer positiv auf die Zukunft gestimmt. Jetzt gab es aber eine offizielle Job-Ausschreibung, die die Situation wieder kippen lassen könnte. So wird nämlich derzeit ein Head of Marketplace and Monetarization für die Entwicklerstudios gesucht. Der zum Erfolg von Project Renees monetären Strategie beitragen soll. Die Job-Ausschreibung geht hier aber noch ein wenig mehr ins Detail. So soll die Person den Ingame-Shop von Project Rene verwalten, die Preise definieren und die Teams, die die Inhalte erstellen, dahingehend beraten, was die Spieler so für Bedürfnisse haben. Der Store, den wir schon aus The Sims 3 kennen, kommt also wieder in einer abgewandelten Form zurück ins Spiel. Hier fällt auch schon ein sehr wichtiger Stichpunkt. Die Sims 5 wird Free-to-Enter sein. Das bedeutet, dass das Spiel grundsätzlich kostenlos zur Verfügung stehen wird. Und dann zusätzliche Inhalte wie Packs oder der erwähnte Ingame-Shop Geld kosten. Ansonsten wurden hier noch ein paar weitere Punkte erwähnt, wie die Planung von Content-Strategien und die Zusammenarbeit mit Produkt- und Franchise-Führungskräften. Diese sind aber für uns Spieler aktuell eher zweitrangig. Ich muss zugeben, dass mich diese neuen Infos derzeit ein wenig ratlos machen. The Sims 4 ist mittlerweile ja ebenfalls kostenlos, was die Spielerschaft in den letzten Wochen nochmal deutlich größer gemacht hat als vorher. Wenn The Sims 5 kostenlos wäre und von den Packs genauso teuer sein sollte wie in The Sims 4, würden wir hier sogar einen Vorteil erhalten. Genauso wahrscheinlich wäre aber, dass der erwähnte Ingame-Shop noch viel mehr versucht und Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gerade Spiele fürs Handy treiben dieses Prinzip gerne mal auf die Spitze und sind hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis teilweise noch viel schlimmer als die Sims 4. Was für den nächsten Sims-Teil mehr als nur fatal wäre. Diese Informationen sollten uns erstmal in eine gesunde Skepsis versetzen. Theoretisch könnte das für den nächsten Sims-Teil keinen großen Unterschied im Vergleich zu jetzt machen. Im schlimmsten Fall wird das Spiel aber noch geldhungriger, als es jetzt schon der Fall ist. Das Beste ist hier wohl wie immer abwarten. Wenn ihr euch für meine ausführlichen Gedanken zum nächsten Sims-Teil interessiert, hört unbedingt in die neueste Folge von Sim Gehört rein, in der ich mit Micha von SimTimes.de neben Project René auch über die Pferdeerweiterung gesprochen habe. Was denkt ihr zu diesen Neuigkeiten? Fiebert ihr dem nächsten Sims-Teil schon etwas entgegen? Oder seid ihr aktuell noch skeptisch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.